Wenn Sie wissen wollen, ob Sie mit den Zähnen knirschen oder pressen, dann schauen Sie bitte dieses Video zu Ende an, denn hier werden Sie gleich sehen, welche Indizien dafür sprechen, dass Sie mit den Zähnen knirschen. Und das ist natürlich für Sie extrem wichtig, diese Information, weil Pressen bzw. Knirschen zu den Top-Ursachen für Zahnverlust gehört. Es geht nicht nur darum, jetzt irgendwelche Schmerzzustände zu vermeiden durch überlastete Kaumuskeln oder überlastete Kiefergelenke, sondern es geht vor allem darum, Ihre Zähne strukturell mal zu beschützen und dafür zu sorgen, dass die nicht übermäßig abnutzen. Aber viele Menschen knirschen halt unbewusst. Und dann kommen Sie höchstens auf die Idee, Ihren Partner, Ihre Partnerin zu fragen, ob Sie da vielleicht nachts irgendwas hören. Und das kann ich Ihnen gleich schon mal vorneweg sagen. Das ist die denkbar ungeeignetste Form, um rauszubekommen, ob Sie mit den Zähnen knirschen, weil Ihr Partner das überhaupt nicht beurteilen kann. Bevor wir dazu kommen, zwei Dinge in eigener Sache. Bitte einmal dem Video gleich einen Daumen hoch geben. Natürlich nur, wenn Ihnen diese Information was nützt und für Sie hilfreich ist. Und wenn Ihnen auch dieser Inhalt natürlich gefällt, Sie können auch gerne einen Daumen runter geben oder gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was Sie zu diesem Thema noch interessiert. Und das Zweite ist, für optimale Zahnpflege empfehle ich Ihnen den Schweizer Hersteller Curaprox. Und da bekommen Sie mit dem Gutscheincode Dittmann20 nochmal 20% im Onlineshop auf die gesamte Bestellung. Links dazu gibt es natürlich unten mal in der Videobeschreibung. So, woran erkennen Sie also, dass Sie selber mit den Zähnen knirschen? Also ich hatte schon gesagt, jemand anders zu befragen ist nicht hilfreich. Ja, wenn Sie sagen, ja, aber bei meinen Kindern, da habe ich das so immer gehört, wenn die geknirscht haben, das ist immer extrem laut gewesen und so. Und dann müsste das ja auch bei mir zu hören sein, wenn ich das mache. Ist leider nicht so. Ja, also das hat verschiedene Ursachen, aber bei Erwachsenen ist es mehr ein Zähnereiben. Ja, das Wort knirschen ist eigentlich irreführend. Ja, eigentlich reiben die Zähne aufeinander. Und dabei entsteht einerseits Abrieb. Ja, und das sozusagen verringert die Widerstandsfähigkeit der Zähne. Und das Zweite, es können sich auch Risse in den Zähnen bilden, wodurch dann vielleicht Zahnschmerzen auftreten, wo zur Behandlung die Konsequenz sind und langfristig auch der Zahnverlust. Und woran merken Sie, dass Sie das betrifft? Das Erste ist mal, dass Sie jetzt einfach mal Ihre Hände an Ihre Kieferwinkel legen. Und jetzt beißen Sie mal fest auf Ihre Backenzähne drauf. So, und jetzt achten Sie mal darauf, was da passiert, wenn Sie zubeißen. Wenn hier nämlich über mir, ja, Sie sehen das vielleicht, solche Kaumuskeln rausspringen, ja, dann ist das ein, ich sage mal, sehr klares Zeichen dafür, dass Sie mit den Zähnen pressen oder knirschen. Das heißt, Sie haben übertrainierte Kaumuskeln. Ja, das nennt sich Hypertrophie. Das gleiche passiert, wenn Sie ins Fitnessstudio gehen, ja, und Ihre Muskeln mit schweren Gewichten trainieren. Auch dann vergrößert sich der Muskel und ein Kaumuskel ist auch bloß ein Muskel. Der sieht zwar ein bisschen anders aus strukturell als übrige Skelettmuskulatur, aber physiologisch gesehen ist es ein Muskel, der sich durch Training verändert, ja, und insbesondere bei starker Anspannung dann auch vergrößert. Das gleiche können Sie mal mit Ihrer Schläfenmuskulatur machen. Ja, Sie haben hier einen Schläfenmuskel, der setzt hier am Unterkiefer an, hinterm Kieferwinkel, äh, sorry, hinterm Jochbein und zieht dann über die gesamte Schläfe bis hier nach hinten. Ja, da können auch häufig Kopfschmerzen natürlich entstehen, wenn Sie hier einen überlasteten Schläfenmuskel haben. Und da können Sie auch mal die Hände drauflegen, mal draufbeißen. Und wenn Sie da auch merken, wie sich da was anspannt, dann ist auch, ich sage mal, ein Indiz dafür, dass dieser Muskel sehr gut trainiert ist, weil es gibt einfach Menschen, die beißen zu, dann merkt man gar nichts von diesen Muskeln. Ich weiß das deswegen, weil ich schon tausende Muskeln tatsächlich palpiert habe. Ja, also ich habe allein in meiner Zeit als Untersucher für die große Schippstudie in Greifswald damals über tausend Probanden untersucht und in der Praxis bestimmt jetzt auch noch mal drei, vier, fünf tausend Patienten untersucht. Und ich habe natürlich ein Gespür dafür, welche Muskeln sozusagen gut trainiert sind, welche nicht so gut trainiert sind, aber Sie haben sicherlich auch, ich sage mal, eine Idee, wenn Sie da mal hinfassen. So, das Zweite, was darauf hindeutet, dass Sie möglicherweise pressen oder knirschen, ist, wenn Sie morgens aufwachen und Überlastungserscheinungen einfach haben. So, was sind Überlastungserscheinungen? Natürlich kann das sein, dass das Kopfschmerzen sind, aber Kopfschmerzen können natürlich viele andere Ursachen haben. Aber Sie könnten natürlich hier solche Verspannungen im Kieferwinkel haben. Ja, das kann hochziehen bis zu den Ohren. Vor den Ohren sind die Kiefergelenke, kann auch sein, dass die Kiefergelenke ein bisschen verspannt sind, kann sein, dass Sie das Gefühl haben, morgens ein bisschen eingerostet zu sein, dass Sie erst mal den Mund ein bisschen auf und zu machen müssen, damit es überhaupt wieder beweglich ist. Ja, also wenn Sie hier muskuläre Probleme haben im Kieferbereich oder vielleicht auch im Schläfenbereich, beziehungsweise natürlich auch Kiefergelenksprobleme, also wenn hier so vor den Ohren, da sind so kleine Knubbel, wenn Sie mal auf und zu machen, ja, merken Sie die vielleicht. Wenn es da auch ein bisschen weh tut, wenn Sie draufdrücken, ja, dann spricht das auch dafür, dass Sie möglicherweise mit den Zähnen pressen oder knirschen. So, was sind noch in die Zähne? Wenn Sie empfindliche Zähne haben, so, Zähne können durch verschiedene Einflussfaktoren einfach empfindlich werden. Das eine ist, dass Sie natürlich durch Abrieb einfach, ich sag mal, Schmelz verlieren, Zahnschmelz und dann Dentin frei liegt. So, das kann passieren entweder auf den Kauflächen, ja, also wenn im Laufe des Lebens die Kauflächen stärker abnutzen, dann werden die Zähne da zunehmend empfindlich. So, und es gibt wirklich Menschen, die sagen, ich kann nichts Saures mehr essen zum Beispiel oder nichts Kaltes mehr essen und nichts Süßes mehr essen, weil es dann ständig an den Zähnen zieht, ist ein Indiz dafür, dass da einfach Zahnschmelz verloren gegangen ist und vielleicht Dentin frei liegt. Ja, Dentin ist die nächste Zahnsubstanz unter dem Schmelz und da sind Nervausläufer drin. Das ist auch das, was beim Bohren wehtut. Der Zahnschmelz selber ist ja schmerzunempfindlich, ist ja quasi ein reines Mineral, aber das Dentin ist schmerzempfindlich und sobald das frei liegt, kann das eben empfindlich sein. Das Gleiche kann sein im Bereich der Zahnhälse. Ja, also man weiß, dass bei Knirschern auch die Zahnhälse häufiger freiliegen und solche Keilfilme Defekte haben. Ja, das heißt, wenn Sie da mal bei sich hingucken, ob da die Zahnhälse freiliegen, das kann auch, dann ist es mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit davon, dass Sie mit den Zähnen pressen oder knirschen und diese Zähne überlasten. Häufig sind das dann nicht nur, nicht alle Zähne, sondern nur einzelne Zähne, nämlich genau die Zähne, die beim Knirschen sozusagen einfach durch Seitwärtsbewegung des Unterkiefers besonders stark belastet werden. Die zeigen dann diesen Zahnpalschrückgang und diese empfindlichen Zahnhälse. Und Sie können das Ganze natürlich noch steigern und schlimmer machen, indem Sie noch eine falsche Putztechnik haben. Vielleicht mit der Handzahnbürste so eine Bewegung machen oder im schlimmsten Fall auch mit der elektrischen Zahnbürste so eine Bewegung machen. Daher nochmal der Hinweis an die Curaprox. Die Curaprox hat extrem weiche Borsten, wo Sie bei falscher Putztechnik wenigstens an den Zahnhälsen nichts kaputt machen können. Im schlimmsten Fall, wenn Sie die falsch anwenden, putzt Sie nicht so gut, weil Sie macht an den Zahnhälsen jedenfalls nichts kaputt. So, das heißt also, auch das Knirschen führt zu empfindlichen Zahnhälsen oder bei abgenutztem Zahnschmelz auf den Kauflächen eben auch zu empfindlichen Kauflächen. Also das ist ein Indiz dafür, dass Sie mit den Zähnen pressen oder knirschen. Was könnte noch ein Indiz sein? Also wenn Sie schon mal erlebt haben, dass natürlich Zahnteile bei Ihnen abgebrochen sind, also plötzlich einfach irgendwo scharfe Kanten sind, wenn Sie morgens aufwachen. Ja, da fehlt irgendwas, was vorher da war. Ja, wie ist denn das abhandengekommen? Ja, das löst sich ja nicht von alleine Luft auf, sondern da muss ja irgendeine Krafteinwirkung stattgefunden haben. Und wenn es nicht durch ein akutes, ich sag mal, Ereignis war, dass Sie auch was Hartes draufgebissen haben, ja, das kann natürlich auch passieren, dass wenn Sie auch was Hartes draufbeißen, dass dann irgendwas abbricht vom Zahn. Ja, aber häufiger ist es einfach so, dass Sie nachts dann irgendwo da gearbeitet haben und dann ist irgendwann irgendeine Struktur kaputt gegangen, ja, hat nachgegeben und weicht dann aus und dann fehlt plötzlich was vom Zahn. Ja, also wenn das in der Vergangenheit schon öfter passiert ist, dass Ihnen Zahnteile abgebrochen sind, ist das auch ein Zeichen dafür, dass Sie knirschen. Und wenn Sie vielleicht auch Zähne nach Wurzebehandlungen verlieren, ja, also wenn Zähne Wurze behandelt sind, dann sind Sie geschwächt, ja, einerseits natürlich durch den, durch die Karies, die da wahrscheinlich mal zur Wurzbank geführt hat, aber auch durch die Wurzbank selber, ja. Und dann gehen solche Zähne häufig verloren. Aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, es gibt eine Infektion an der Wurzelspitze, die durch vielleicht eine nicht optimale Wurzelbehandlung entstanden ist. Ja, das gibt es ja leider häufiger mal, weil die Krankenkassen vernünftige Wurzelbehandlung leider nicht bezahlen. Aber es gibt einen zweiten Grund, ja, warum solche Zähne verloren gehen können und das ist, wenn die Zähne gerissen sind oder gebrochen sind. Ja, also wenn Sie auf dem Zahn drauf rumknirschen, ja, Sie haben ja auf dem Zahn so zwei Höcker, einen inneren Höcker, einen äußeren Höcker und der gegenüberliegende Zahnhöcker, der beißt da ja so rein, wenn Sie jetzt mit dem Unterkiefer nach links und rechts sozusagen knirschen, dann belasten Sie die Höcker so, dass die Wände nach außen gedrückt werden. Und dadurch entstehen häufig Risse in den Zähnen. Und diese Risse können natürlich dann auch unter das Zahnfleisch gehen und die führen dann oft erst mal zum, zu Zahnschmerzen und zur Nerventzündung. So und dann wird das aber nicht hinterfragt, warum das passiert, weil die Behandlung ist relativ klar, es muss eine Wurzelbehandlung gemacht werden. Dann wird die Wurzelbehandlung gemacht, die Schmerzen sind weg und viele Jahre später treten erneut Schmerzen an diesem Zahn auf, meistens aus heiterem Himmel. Da ist einfach plötzlich ein Riss entstanden oder der ist auch schon länger da und einfach weitergerissen. Und dann kommen die Bakterien durch den Riss und das Zahnfleisch, machen eine Entzündung am Zahnhalterapparat und der Zahn wird aufbissempfindlich. Ja, das ist ein ganz häufiger Grund für den Verlust von Wurzelbehandlung und Zähnen. Und wenn Sie vielleicht auch schon ein, zwei, drei Zähne verloren haben, die Wurzelbehandlung waren, obwohl die Wurzelbehandlung gut gewesen ist. Ja, das ist dann dieses Unterscheidungskriterium. Ja, bei schlechten Wurzelfüllungen gehen natürlich auch mal Zähne durch Entzündung verloren, die durch diese Infektion im Kanalsystem ausgelöst werden. Aber wenn die Wurzelfüllung gut ist und der Zahn trotzdem schmerzt, ja, dann ist es entweder eine fortgeschrittene Parodontitis einfach. Ja, die Parodontitis sollte mal behandelt werden. Oder aber der Zahn ist wirklich irgendwo längs gebrochen. Die Wurzel ist gerissen und dann haben wir einfach diese Entzündung. Der Knochen baut sich ab und der Zahn wird empfindlich. Ja, der Zahn kann aber auch einfach empfindlich sein durch Überlastung. Das wäre also auch noch ein Symptom. Nicht nur, weil wenn Zahnschmelz abgenutzt ist, entweder auf der Kaufläche oder an den Zahnhälsen, sondern wenn Sie wirklich mal akut Stress hatten und vielleicht mal akut eine Nacht auf bestimmten Zähnen rumgeknirscht haben. Das kann auch sein, dass Sie zum Beispiel abends, es gibt Menschen, die reagieren auf Alkohol. Ja, das heißt, wenn Sie Alkohol trinken, dann knirschen Sie mehr. Ja, und wenn Sie dann morgens aufwachen und da sind einfach einzelne Zähne empfindlich, ja, auf Berührung. Ja, so seitwärts. Ja, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass Sie da irgendwie eine Entzündung haben, die durch Bakterien verursacht wird, sondern einfach eine mechanische Überlastung. Das ist so, wie wenn Sie jetzt die ganze Nacht den Garten umgegraben hätten oder mal aus dem Standen Marathon laufen. Ja, dann haben Sie natürlich auch empfindliche Strukturen, haben irgendwo Schmerzen. Aber es ist jetzt keine bakterielle Infektion, sondern einfach eine mechanische Überlastung. Und auch das kann zu empfindlichen Zähnen führen. Also wenn Sie das mal hin und wieder haben, dass Sie morgens aufwachen, ja, und da sind jetzt irgendwie einzelne Zähne empfindlich und dann ist es nach ein paar Tagen wieder weg, ist auch ein Indiz dafür, dass Sie mit den Zähnen knirschen. Und auch dann sollten Sie mal darüber nachdenken, ob es vielleicht nicht sinnvoll sein könnte, was dagegen zu tun. Was können Sie dagegen machen? Na, erstmal könnte man das Ganze mal validieren, ja, also mal wirklich nachgucken, ob Sie wirklich knirschen. Das machen wir mit solchen Folien hier. Das ist so eine Knirschfolie, wo man einfach mal feststellt, ob Sie knirschen oder nicht knirschen. Ja, die tragen sich quasi mal für eine Nacht und die funktioniert dann wie ein Rubbellos. Und dann sieht man tatsächlich, an welchen Zähnen Sie knirschen und in welche Richtung welche Höcker tatsächlich belastet werden. Dadurch kann man unheimlich gut Aufschluss darüber bekommen, ob da, ich sage mal, eine Stabilisierung notwendig ist, weil man sieht eben auch, welche Zähne überlastet werden und welche Zahnhöcker insbesondere belastet werden. Und wenn dann natürlich große Füllungen sind, dann weiß man, okay, da wäre eine Stabilisierung vielleicht mal ganz hilfreich. So, und dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, zu reagieren. Ja, also es gibt zwei mögliche Reaktionen. Das eine ist, die Widerstandsfähigkeit der Zähne zu erhöhen, indem man zum Beispiel wieder eine stabile Kaufläche draufklebt. Ja, dann nehmen wir heute natürlich eine entsprechende stabile Keramik dafür. Oder indem Sie die Belastung reduzieren. Ja, und wie reduzieren Sie die Belastung? Indem Sie zum Beispiel eine Schiene tragen. Ja, da habe ich gerade ein Video gemacht. Das würde ich Ihnen empfehlen, zu gucken ausführlich, welche Schienentypen es gibt und wann man was macht und wie die funktionieren und was überhaupt die Auswirkungen sind, was die können, was die nicht können. Oder Sie können natürlich auch Ihr Lebensstil entsprechend anpassen, damit Sie einfach weniger Stress haben, weniger Grund haben, auf Ihren Zähnen rumzubeißen, rumzupressen, rumzuknirschen. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie Sie reagieren können. Aber grundsätzlich besteht, ich sage mal, die Möglichkeit immer darin, entweder die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, ja, oder die Belastung einfach zu verringern. Ja, das ist wie, wenn Sie auf dem Eisdütschuh laufen, ja, dickes Eis heißt hohe Widerstandsfähigkeit, dünne Personen heißt wenig Belastung, ja, das wird in der Regel gut gehen. Ja, wenn das Eis schmilzt, das Eis wird dünn, die Person wird immer schwerer, dann verschiebt sich das Verhältnis zwischen Belastung und Widerstandsfähigkeit und irgendwann kracht das Eis einfach ein und das passiert natürlich dann auch mit den Zähnen. So, ich hoffe, dass Sie jetzt mal die Chance genutzt haben, mal ein bisschen in sich reinzuhorchen und mal sich mal wirklich auch mal anzufassen, mal abzutasten, mal mit den Zähnen zu fühlen, ja, die Zahnhälse mal im Spiegel angucken, die Kaufläche mal im Spiegel angucken, im Zweifel von Ihrem Zahnarzt vielleicht auch mal eine entsprechende Diagnostik machen lassen, ja, vielleicht auch jemand, der sich damit auskennt, mal Ihre Kaumbuskeln anfassen zu lassen, um eine Funktionsanalyse vielleicht oder ein Check-up wenigstens kurz zu machen. Bei uns machen wir das natürlich in der Praxis. Bei jedem Neupatienten, aber auch bei Bestandspatienten nach mehreren Jahren wird immer noch mal nachgeguckt, wie ist denn der Funktionszustand, ja, damit wir einfach diese Probleme, die aus dieser chronischen Überlastung entstehen können, langfristig verhindern können, ja, und wenn das Ihnen geholfen hat, dann an dieser Stelle ganz gerne auch noch mal die Bitte, dass Sie nochmal ein Like da lassen und nochmal einen Kommentar hinschreiben, auch vielleicht, welche Themen Sie noch interessieren, ja, die angesprochenen Videos, die verlinke ich noch in der Videobeschreibung, also zum Thema Schiene, aber auch zum Thema vielleicht Lebensstiländerung, was können Sie machen, um einfach weniger Stress zu haben, beziehungsweise weniger zu knirschen. Da gibt es natürlich ein paar Methoden, die Sie da anwenden können und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, Ihr Dr. Anna Dittmann.